Hallo Leute, willkommen zurück zu Rayman 3 HD. Wir sind gerade in den beiden Knaren gewesen und sind jetzt beim Doktor. Also hier, kurz die Haare, fein machen und los geht's. Nein, nein, nein. Nichts wird mich von hier fast bringen. Wo kommen die Hand denn her? Und was macht Rayman da? Hä? Fuck. Aber egal. Hallo, da oben. Diesmal asiatischer Doktor. Oh. Oh. Mio, könnt ihr euch behaupten? Eine Gruppentherapie? Das ist ja total abgefahren. Oh, vergroovy. Kosti, nichts entwischen! Seht mal, der Looms ist so schnell. Wenn er genug Energie findet, um sich zu vermehren, sind wir verloren. Genau. Stopp! Nichts ist verloren, meine Brüder. Ich kenne da jemanden, der uns helfen könnte. Folgt mir! Reflux! Ich weiß, dass du dich an Rayman rächen möchtest. Und ich brauche Energie, um mich zu vermehren. Steh das Zepter deines Königs und ich bringe hier Rayman auf einem silbernen Tablett. Ähm, ja. Zwei, die etwas Böses sind. Reflux und Andre haben sich zusammengetan und das Zepter von Gumsi den König der Gnaren gestohlen. So schnell? Sie werden Laptis beschwören und unbeschreibliche Macht erhalten hier. Oh oh. Diese Tür führt zu einer Abkürzung. So könnt ihr sie einholen. Beeilt euch! Diese Heiler sind nett. Aber wenn sie wollen, dass wir uns beeilen, sollten sie uns ein wenig zur Hand gehen. Stimmt doch. Jedes Mal, wenn die Welt gerettet werden muss, sind alle verschwunden. Ein Glück, dass es uns gibt. Wir sind doch nicht zum Spielen hier. Ähm, naja. Das scheint eine magische Pforte zu sein. Mit der richtigen Formel müsste ich sie öffnen können. Du? Randy, kannst du nicht woanders spielen? Ich brauch ein bisschen Ruhe und Konzentration. Ähm, okay. Okay. Ja. Ja. Ähm, da part es noch nicht zu Ende. Ich muss erst grad... Und diesmal wie diese Abkürzung heißt. Die längste Abkürzung. Wow. Kannst du nicht woanders spielen? Ja, ich bin schon weg. Die längste Abkürzung, dieses Heiler mag ich so gar nicht. Ja. Weil es gibt hier ein Level, wo ich nie weitergekommen bin. Außer hier. Aber das ist eine andere Geschichte. So. Erstmal racen. Ah, passt. Aber bevor ich ihn noch... Au. Ähm, verfolge, sah mich kurz die hier ein. Hallo. Bleib still! Bleib still, du Löwe! Nein, ach, da nicht. Schon zwei Punkte verschenkt. Nein, boah, was mach ich denn da? Ja, es gab... Ich glaube, er ist gerade auf dem Weg nach draußen. Wo ist er aber? Da. Oh, da. Oh, da. Oh, da. Oh, da. Donna. Zack! 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 Und schon haben wir... ...die blaue Dose. Erstmal möchte kurz gucken, wo ist dieser piepende Manz? Ja, genau dich. Boah, die Kamera. Das... Daran gewöhn ich mich nicht. Irgendwo hier war das doch, ne? Bei den Statuen. Ah, da. Ha, da Schuhsunde. Einig gutes Versteck. Tschüss. Hm. Letztes Hellchen. Ne Kerlchen. Spider-Man-mäßig nach oben schwingen. Und die Kronen einsammeln. Besser in jeden. Hier reingehen. Man baut alle Kronen. So, irgendwie das Spider-Man. Schaff ich das, schaff ich das, schaff ich das, schaff ich das? Ja. Und zack. Da bin ich. Und? Oh, 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 oh. Ja, yeah. Oh, 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 oh. Ähm. Okay, das klang ihm gerade komisch. Das hat auf jeden Fall zwei Stimmen von Globox zusammen. Irgendwie funktioniert worden sind. So, jetzt gehe ich hierhin. So, ganz langsam. Ganz langsam. Ganz langsam. Ganz langsam. Immer noch langsam. Immer noch. Immer noch. Immer noch. Immer noch. In 10 Sekunden Nein! 10 Minutes ist etwas zu langen In 10 Sekunden 10 9 4 3 2 1 Was!? genau ist klar neun Prozent 0,9 Prozent hab ich nur okay vielleicht sind die ein Prozent weg aber Bord immer noch nicht da und das nennt die Heiler eine Abkürzung das finde ich auch vielleicht habe ich irgendetwas verpasst oder so ich hab das mal nie Kommentare ob ich mir etwas vielleicht verpasst habe so dich nehmen kannst du nicht woanders spielen ich brauch ein bisschen Ruhe und Konzentration ja ich bin schon weg okay Musikpakt hier finde ich wow nein 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 ich hab den dritten verpasst nein aber jetzt aber jetzt 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 3 4 4 ja ja hier alles einsammeln und schlups ja ja darauf wollte ich nicht aber ist nicht schlimm ho was war das nein ah schade also ich muss immer in Bewegung bleiben damit ich so wie sagen im Rhythmus bleiben also in meinem Fall schon brauche ich vielleicht nicht oh das wird knapp das wird knapp oh doch nicht und ich so hier müssen wir auf ein Spiegelbild achten was unter uns ist was war das hier Magic also das ist schön dass man so in der Luft schweben kann ist einfach schön hier kurz also hier brauchen wir unsere Fäuste nicht nur unser Köpfchen und unser unsere Skills zu wagen ich weiß gar nicht ich hab so das Gefühl dass hier irgendwo in etwas ist so ein Gefühl nur bin mir nicht sicher ob mein Gefühl richtig liegt aber aber naja wir gehen einfach weiter hier das ist schon etwas kniffliger hier hier fähl ich manchmal das ist sehr schwer ja ähm hat nur die 2d sich aber man weiß nicht genau wo alles ist die kronen helfen zumindest etwas aber richtig nicht so jetzt haben wir es geschafft oder? nein natürlich haben wir es noch nicht geschafft jetzt ist hier Kuddelmuddel angesagt so hier ist nichts ich bin grad am Rand so das ist jetzt dieses was seitwärts geht wo jetzt fliege ich grad dorthin zu den oberen und wie wie ihr es dort sieht ist dort keine Tür erst erwähnen sich paar Fragen wo ist die Tür aber die Tür ist hier ja gehen wir hier mal raus gucken uns kurz ja das um weil ich denke hier ist noch irgendetwas aber ich kenne nicht alles auswendig ich schreib das einfach in die Kommentare das Tresor öffnen siehst du es war nicht einfach aber ich habe es geschafft ich ja schönes Land muss uns sagen ich glaube wir sind grad bei den ehm da Land der verbogenen Seelen nun so ein Gefühl eben grad also den Level davor waren wir glaube ich bei den ähm wie heißt das nochmal Landtag Kröten so nenne ich das und ja ähm der Part ist hier zu Ende wir sehen uns beim nächsten Mal hier tschüss 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 tschüss